Wir sind jetzt hier zu einem neuen Lichter-Podcast und führen ein Gespräch mit Marla Reinheit, der Regisseurin, von der 2. Anschlag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Vielleicht erstmal einfach ganz generell, wie du dazu gekommen bist, dieses Thema zu bearbeiten, was du da bearbeitest in deinem Film. Die Idee war schon relativ am Anfang da, dass wir gesagt haben, wir möchten uns mit Rassismus und rechter Gewalt in Deutschland befassen, eben aus der Perspektive von Betroffenen. Und diese Perspektive der Betroffenen ist eben die, die kaum aufgetaucht ist bisher. Ich denke auch, dass quasi unser Zugang zu den ProtagonistInnen eben dadurch, dass so ein ganz ehrliches Interesse von uns deutlich war, dass das vielleicht auch die Türen geöffnet hat. Also dass wir über lange Zeit hinweg dran geblieben sind, dass wir bis heute im Kontakt sind mit ihnen. Ich glaube, dass das schon etwas ist, was sie gemerkt haben und wo sie auch spüren konnten, da steht jetzt keine Redaktion dahinter, die quasi Druck macht, dass der Film zu einer bestimmten Zeit fertig wird oder sowas, sondern dass wir wirklich uns die Zeit nehmen, die es braucht, mit ihnen zu arbeiten. Der eine von deinen Protagonisten erklärt in deinem Film ganz toll den Titel des Films. Und ich wollte von dir, dass du das nochmal wiederholst. Ja, also der Titel des Films, der zweite Anschlag, ist ein Zitat von Ibrahim Aslan. Und er meint damit quasi den Anschlag, der nach der eigentlichen Tat passiert ist. Also er nennt es einen Anschlag. Natürlich ist quasi die eigentliche Tat so das Inbrandsätzen eines Hauses, das Umbringen eines Menschen so, das ist die eigentliche Tat. Und er beschreibt aber mit dem zweiten Anschlag alles, was danach passiert ist. Also den Umgang der Medien, der Gesellschaft, der Justiz, der Polizei mit den Betroffenen. Also es sind eigentlich sehr, sehr spezifisch die Erfahrungen, die unsere ProtagonistInnen gemacht haben nach der eigentlichen Tat. Sodass sie quasi gespürt haben, es gab nicht nur diesen einen Anschlag, sondern es gab auch im Nachhinein einen zweiten Anschlag, der den Ibrahim Aslan auch einfach als sehr viel traumatisierender und verletzender empfindet. Also so wie er es im Film beschreibt, ist das quasi der schlimmere Anschlag von beiden. Also das sagen ja eigentlich alle ProtagonistInnen, dass dieses Gehörtwerden und überhaupt einfach, dass diese Opferperspektive mal wahrnehmbar wird und dass das eine ganz, ganz wichtige und auch erleichternde Funktion hat tatsächlich für die Opfer. Ich denke auch, was deutlich wird im Film, ist ja, dass unsere ProtagonistInnen eben sprechen möchten. Also sie möchten sprechen und sie möchten auch, dass Menschen ihnen zuhören. Und das, was quasi für uns ganz am Anfang stand, unserer Überlegung, als wir in dieses Filmprojekt eingestiegen sind, war eigentlich so diese gesellschaftliche Stille. Also wir haben sehr viel darüber nachgedacht, dass eben natürlich alle Menschen darüber Bescheid wissen. Alle wissen über, weiß ich nicht, rechte Taten Bescheid, haben davon schon mal mitbekommen. Und trotzdem gibt es so eine Art Schweigen darüber. Also die Menschen wissen trotzdem nicht, wie können sie darüber sprechen, so was für Worte können sie verwenden. Und was ja auch deutlich wird im Film, ist einfach, unsere ProtagonistInnen wissen sehr genau, wie sie darüber sprechen können. Also sie haben diese Worte, sie können darüber sprechen und in diesem Raum, den wir quasi geschaffen haben mit unserem Film, haben sie auch die Möglichkeit zu sprechen und eben dann auf einer Leinwand auch gehört zu werden. Das kommt ja in dem NSU-Prozess auch raus. Da gibt es ja, finde ich, so eine Parallele zwischen den Auschwitz-Überlebenden, nämlich dieses, einfach die Geschichte in den Dienst einer höheren Sache stellen. Die eigene Geschichte, dass es wichtig ist, gehört zu werden und eben anderen Leuten klarzumachen, was man erfahren hat. Genau, das war uns auch sehr wichtig, quasi so diese verschiedenen Facetten aufzuzeigen. Also uns war es beispielsweise sehr wichtig, bei der Auswahl der ProtagonistInnen eben auch zu schauen, dass es Menschen sind, die aus verschiedenen Orten in Deutschland kommen. Also dass es irgendwie nicht so ein typisches ostdeutsches Problem quasi ist. Dass quasi Fälle dabei sind vor den 90ern, weil es ja quasi dieses Narrativ gibt, nach der Wiedervereinigung plötzlich kam irgendwie Rechtsradikalismus auf. So, das gab es vorher gar nicht. Und mit diesem Narrativ wollten wir eben aufbrechen und eben aus diesen verschiedenen Ebenen, so einerseits örtlich, andererseits zeitlich eben so diese Kontinuität von rechter Gewalt und Rassismus aufzeigen. Auch wenn wir jetzt den Film präsentieren, dass eben viele Leute fragen, so wie seid ihr an diese Menschen rangekommen? So, wie habt ihr sie angesprochen? Und dass auch wir auf jeden Fall am Anfang so einen sehr großen Respekt davor hatten, irgendwie mit den Betroffenen in Kontakt zu treten. Also weil, ich meine, was sagt man schon zu so einer Person? Man kann ja nicht sagen, so, es wird schon wieder. Also es gibt ja gar nichts zu sagen. Und ich glaube, das war etwas, was mir dann auch so bewusst geworden ist, dass es einfach auch gar nicht darum geht, etwas dazu zu sagen, sondern eben zuzuhören. Und dass es eine sehr, sehr große Offenheit gibt von den Betroffenen, die wir zumindest getroffen haben, zu sprechen und genau, also auch einfach gehört zu werden. Wir hatten keine großen Namen quasi, die jetzt irgendwie, wir waren auf keinen Filmschulen, konnten quasi keine Dokumentarfilmprojekte nachweisen, auf die wir uns quasi so beziehen konnten. Das würde ich sagen, ist ein Grund wahrscheinlich und der andere Grund vielleicht tatsächlich, dass es auch so ein bisschen so ein heikles Thema ist, dass vielleicht Förderinstitutionen sich schwer tun, damit jetzt irgendwie so Rassismus in Deutschland sich anzuschauen. Also hast du irgendwelche Strategien entwickelt für diese Dinge, die so komisch beiläufig passieren? Weil ich finde, das ist ja eigentlich, deswegen hat mir das auch so gut gefallen mit dieser gesellschaftlichen Stille, dieser Ausdruck. Weil das ist ja wirklich, ich glaube, dass zum Beispiel beim Sexismus, was natürlich eine andere Frage ist nochmal als der Rassismus, Aber da ist es glaube ich so, dass es eminent wichtig ist, dass Männer, die Zeugen werden von sexistischen Übergriffen, ihren Mund aufmachen und nicht still sind. Ja, ich würde sagen, dass das Gleiche auch gilt für Rassismus. Also wobei ich ja sagen muss, dass ich sozusagen Sexismus und Rassismus erlebe und dass ich da jetzt keinen großen Unterschied ausmachen würde, wo welche Strategie sozusagen jetzt besser wäre. Aber ja, ich denke, es hat viel mit dieser gesellschaftlichen Stille oder Unfähigkeit zur Reaktion zu tun. Also jetzt auch im Nachfeld von den Anschlägen von Hanau. Also es ist ja jetzt heute auf den Tag zwei Monate her. Es ist noch gar nicht so lange her und trotzdem spricht niemand mehr darüber. Also kaum jemand spricht noch darüber, obwohl wirklich heute, also 19. Februar war das ja, es passiert ist. Und natürlich sind derzeit einfach alle Themen durch Corona etwas zum Schweigen verdammt worden. Aber es ist schon bemerkenswert sozusagen, wie schnell dann so Themen wieder, ja, unter den Tisch fallen. Und ich würde sagen, es wäre total wichtig, dass Menschen, dass weiße Deutsche mit ihren Freunden und Freundinnen sprechen, die diese Erfahrungen machen oder die diese Angst haben. Und vielleicht nicht erst darauf warten, dass irgendwas passiert, sondern sie einfach mal ansprechen und fragen, hey, wie geht es dir damit? Wie geht es dir jetzt, zwei Monate später? Und einfach quasi zeigen, dass sie da sind, uns zuhören und genau dieses gesellschaftliche Schweigen, diese Stille darüber brechen. Ich glaube, das ist so ein Schlüssel. Ja, dann würde ich eigentlich sagen, vielen, vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.